Herzlich Willkommen zurück zu den Sims 3, yay! Ich wollte ja zu den Hardys gehen, denk mir aber, dass sich das gerade nicht lohnt, weil es schon halb 8 abends ist. Von daher kümmern wir uns da mal nicht drum, sondern gucken nach ein paar anderen Dingen. Armin will einen Schachtisch kaufen, das kann er vergessen. Du guckst hier nirgends... Was hat der gerade geguckt? Egal, du spielst jetzt Gitarre. Weil du dich verbessern sollst. Bei mir kann ich irgendwas lernen. Ich kann da mal mit Marcel quatschen. Wo ist denn der gerade? Der steht gerade auf. Okay, dann äh... Meine Güte. Warten, bis er aufsteht. Freundlich. Fragen, ob sie gut geschlafen hat. Freundlich. Oder im Haus schwärmen. Freundlich. Tag verschönern. Freundlich. Plaudern. Okay. Aber die ist jetzt auch schon Level 3, dann hätte ich da gar nichts weiter machen müssen. Ich suche was Weidig Stadttheater, um die Gelegenheit abzuschließen. Okay. Spiel du mal weiter. Chris kann weiter an seinem Buch arbeiten. Du sollst hier nicht spielen. Du sollst da machen. Okay, er ist schon ein Freund. Das ist schon mal sehr gut. Freundschaftlich umarmen. Freundlich. Dramatische Geschichten erzählen. Zuneigung ausdrücken? Ne, 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 ne. Das nicht. Ähm... Musik schwärmen. Dann darf er mal... Witz erzählen. Er will baden. Ne. Okay. Wieder einen Freund haben und... Charisma diesen. Nein. Oh. Was will er? Nein. Fängt das schon wieder an. Sorry Marcel. Nein. Irgendwas hier drin soll dreckig sein. Das ist ja so bei ihm so. Nicht nur bei Christian. Oh. Tane Shemda. Du sollst nicht baden. Äh... Lustig. Lustige Geschichte erzählen. Freundlich. Fragen, ob sie ihm gut geschlafen hat. Freundlich. Umarmen. Blablabla. Es soll halt noch mehr werden da oben. Wind machen? Ne, das lassen wir mal. Charismatisch. Ja. Es steht bei hier in Unterwäsche und quatscht erstmal ne Runde. Warum nicht? Chris ist mit seinem Buch beschäftigt. Das ist schön. Wiederreden, tratschen. Hauptsache, es wird mehr. Die anderen beiden sind ja beschäftigt, von daher... Weißt du's schon, Vita Altho und Gerhard Landgrab sind jetzt Feinde. Warum? Der hat sich doch mit der anderen geprügelt. Mit nem Typ. Fünf Freunde finden... Was ist hier drin bitte dreckig? Müllabfall und Schmutz tragen nicht gerade zur Verschwörung der Umgebung bei. Was ist denn hier dreckig? Versteh ich nicht, warte mal. Wenn da nicht die Gitarre in die Gitarre gehören würde, ne? Hey, es ist auch nicht... Nein. Es ist auch nicht das Katzenbett. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich hab keine Ahnung. Nicht die geringste, leider. Okay, äh... Kompliment machen... Charismatische Geschichte erzählen... Jo, das hat sich schon gegeben. So, du machst jetzt hier mal weiter mit deinem Charismatischen. Gewinne Marcel als bisschen Freunde, das sieht doch gut aus. Ähm... Katze, wo ist Lily? Lily ist da unten... Da tue ich jetzt mal was für die Freundschaft. Spielen Spaß haben. Loben für... Nicht putzen? Loben für nicht zerstörerisch sein. Ja, du lobst erst mal. Oh, Gleb-Devil. Nooo. Miau, 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 miau. Loben für aus Fenster gucken. Naja, gut. Geh gebürsten. Zuneigung Handbeschnüffeln lassen. Hey, lass doch mal hier. Was machst du denn? Schägen mit Säckerchen geben. Sieht halt auch nicht so gut aus, ne? Wer quatscht denn da mit wem? Achso, er quatscht mit sich selbst mit dem Spiegel. Man könnte gleich mal im Asnelippen-Let's-Play-Off. Putsi-Putsi-Putsi-Putsi-Putsi-Lalala. Oh, oh. Nein. Wieso willst denn du schlafen? Willst du mich verarschen? Reden mit Säckung-Leckerchen geben. Mach doch, was ich von dir will. Was soll denn das? Der Napfett war leer? Ne, da ist noch was drin. Was ist denn los? Ähm. Am Ende will ich nicht. Dann spiel mal ein bisschen. Das wird. Das dauert zwar ein bisschen, aber das wird halt. Eine bekannte Katze ist eben schon mal. Meine Hand schläft ein. Das ist schlecht. Er hat Level 4 erreicht. Und du gehst nicht ins Bett. Weißt du was? Das ist ja halt das höchste Level. Okay, ähm. Du chattest erstmal. Kannst du das Bild machen? Machst du grad. Okay. Ich will ja baden. Ich will ja auch noch pennen. Nein. Ich werde auch wieder eurer Schlaferei. Ich will irgendwas, was wir lesen können. Ja, mit ein paar Bücher. Logik, Band 1, Kochen, Band. Kochen. Kochen, Band 1, liest Marcel jetzt so. Du chattest mit irgendwem. Ich weiß zwar nicht, mit wem, aber... Computerfreaks und Aliens werden jede Seite des neuesten Science-Fiction-Abenteuers von Christian genießen. Der Quantum-Faktor versucht, die besten Elemente des Genres in einer geballten Ladung zu vereinen. Christian erhält sechs Tantiemen über 99 Simoleons. Die Zahlungen erfolgen jeweils sonntags um 12 Uhr. Christian Champ hat seinen ersten Roman geschrieben. Nie wird er vergessen, mit welcher Leichtigkeit die Wörter von seinen Fingern in die Tastatur flossen. Ja, das ist doch nett. Wenn wir das in Sunat Tantien pro Woche verdienen, dann schauen wir mal hier. Wo war denn das noch? Beim Schreiben? Drama, Roman, Sachbücher, Schundroman ist Science-Fiction. Dann lassen wir ihn nochmal ein Drama schreiben. Da kann er mit am meisten verdienen. Ach, den wir sehen nicht kaputt. Das Gänseküken. Na, dann schreibst du mal das Gänseküken. Bist du gern mit dem du da schreibst? Mit dem da wahrscheinlich? Ne, das ist doch politisch. Sieht man hier, mit wem sie chattet? Weil sie hat ja sonst noch keine Freunde. Im Moment sieht man nichts. Wie sie sehen, sehen sie nix. Achso. Mit der. Na toll. Lass mich da erfahren, dass Jamie Single ist. Das interessiert mich aber wenig. Sie schreibt mit der keine fünf Minuten und fragt, bist du Single? Sag mal, seid ihr in der Single-Börse? Müsst du doch wohl nicht lesbisch sein, oder? Nicht, dass mich das stört, falls es wieder jemand falsch versteht. Ich wüsste es, wenn ich lesbisch wäre. Das bin ich definitiv nicht. Marcel, Nikma hat die Grundlagen des Gebiets Kochen begriffen. Er wird sich immer an den Augenblick erinnern, als plötzlich alles klar war. Marcel möchte Meisterkoch, Küchenprofi und Gourmetkoch werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er viele Stunden am Herd schwitzen und seine Nase häufig in Kochbücher stecken. Doch wer so viele Köstlichkeiten auf den Schiff zaubert, wird niemals allein sein. Einsam sein. Sie chattet mit der. Ja. Alle glücklich machen. Nice. Ihr zieht euch jetzt auch alle um. Nein, ihr solltet sich umziehen. Die Optionen. Outfit wechseln. Marcel auch. Und dann gehen wir zu den Hardys. Das wollte ich eh die ganze Zeit schon gemacht haben. Tag im Park spielen. Kannst du vergessen. Kurs belegen. Nein. Scheibenwähigkeit verbessern. Ja. Ihr hört jetzt alle mal damit auf, mit dem, was ihr macht. So, und jetzt fahren wir zu den Hardys. Sie sind doch hoffentlich auch zu Hause. An Tür kratzen? Okay. Sie kann auch alleine zu den Hardys gehen. Warum nicht? Nee, aber nicht alleine. Mit allen. Auf geht's. Wir sind zwar schon 13 Minuten im Part, aber naja, gut. Gut. Alle gleichzeitig ins Auto. Das will ich auch hoffen. Armin, beeil dich. Warte mal, halt. Was ist denn hier passiert? Die Katze sitzt da. Wo ist er? Haben wir ihn in den Kofferraum gepackt, oder was? Tiki. Lilly sitzt da neben Marcel. Das ist ja ruhig dein Ernst. Wo ist Armin? Ist er irgendwie im Kofferraum verstaut worden? Und ich weiß echt nicht. Ach Gott, niedlich. Die Katze sitzt da drin. Oh man. Ohlala. Ohlala. Ich weiß ja nicht, wo Armin jetzt war, aber gut. Würde jemand von euch klingeln gehen? Nein. Da läuft der Hund rum, das sehe ich. Aber wo sind die beiden? Wer ist da? Die beiden gequatscht? Ich will hoffen. Okay. Geh rein jetzt. Jetzt quatscht der mich an. Geh der jetzt mal rein. Was ist mit dem? Hast du immer so gute Laune? Ich würde gerne etwas Zeit mit dir verbringen, um dich besser... Nein, Matt, vergiss es. Nicht in einer Million Jahren. Das wird nicht passieren. Die Rechnung muss bezahlt werden. Ist ja kein Thema. Wem genug Geld? Das ist übrigens Lucky. Süßer Hund. Was hat denn die jetzt mit Matt? Warum hat Marcel was gegen den Hund? Er hat Hunger. Du erfüllst die Katze streicheln. Lass es aber nicht zu. Du riechst nach Hund. Geh weg. Nein, nein, nein. Das haben wir nicht gehört. Wieso ist hier das an? Chris, ich kann verstehen, dass du das Lied gut findest. Ich liebe das Lied, aber das darf man hier nicht hören. Was war das gerade? Wollt ihr den Knut? Das ist doch keine Blume betrachtend. Was machen die denn jetzt da? Wir reden mal mit Jeff. Bei Matt. Kam ja von sich aus schon. Jetzt rede ich mit beiden oder was? Musik ist nett. Chris, du störst ein bisschen. Lernen wir Jeff erst mal kennen, dann schwärmen wir vor Musik und dann plaudern wir ein bisschen. Dann hört Chris halt zu. Es gibt sowieso nichts, was er nicht weiß, was ich über Jeff denke und so. Von daher ist das nichts Neues für ihn. Wieso bübelt jetzt mein Handy? Wieso bildst du die Stereoanlage an? Was macht der da? Was machst du denn da? Was machst du da? Du spielst mit dem Wasserhahn? Was? Sie ist verspielt. Sie spielt mit dem Wasserhahn. Wieso auch nicht, aber was macht Matt? Was ist denn der? Ach so, er hat sich was zu essen gemacht. Idee. Waffeln gemacht. Cool. Danke, Matt. Du kannst ja doch ganz nett sein. Echter Hirtenhuber-Rock. Der berühmte Gitarrenspieler Maurizio Hirtenhuber. Klingt nach einem, ich will jetzt nicht sagen, aber nach einem Österreicher, weil Hirtenhinterhuber. Ich weiß nicht, dieser Name. Oder bayerisch, ich weiß nicht. Er hält heute ein Seminar mit dem Titel Zupfen mit Fingerspitzengefühl ab. Mach dich schnell zur Buchhandlung auf. Durch ein einmaliges Ereignis solltest du dir auf keinen Fall entgehen. Gucken wir mal, ob ich es schaffe. Frag dich mal nach Karriere, weil ich glaube, wie, dass du schon einen Job hast. Mach dir ein Kompliment, lerne dich kennen. Matt ist mal wieder alleine. Jeff arbeitet nicht, das ist schon mal okay. Und Lucky hat jetzt die Zeitung reingebracht. Oh, süß. Versteht ihr euch wenigstens? Ihr redet oft miteinander, aber es funktioniert nicht immer. Schade drum. Ich mag kein Sushi. Ich habe noch nie Sushi gegessen, von daher. Aber ich weiß nicht, ob ich von rohem Fisch halten soll. Krass. Jeff ist charismatisch. Das kann ich euch auch sagen. Das war mir klar. Ähm, ich habe noch nicht genug. Schade. Machen wir mal weiter. Ähm, ich schwemme mal vor meinem Haus. Verschönere dir den Tag. Ich erzähle dir eine Geschichte. Und ich lerne dich kennen. Und das alles ein bisschen schneller. Ich will auch noch nicht zu viel machen. Überschmutziges Geschirrbeschwer. Nein. Komplett. Ich schleime ein bisschen bei ihm. Wieso eigentlich nicht? Ah ja. Jeff ist ein Virtuose. Matt redet mit Armin. Der geht lieber Blumen betrachten, als er mit Hardy zu reden. Das kann ich allerdings nachvollziehen. Ist Matt irgendwie... Braucht er Aufmerksamkeit? Das ist ja wie der Echte hier. Er quatscht echt alles und jeden an, der hier rumläuft. Na gut. Freunde, juhu. Ich habe dir eine gute Freundschaft mit Jeff. Ähm... I try. Armen wir dich mal. Funktioniert. Gut. Das sehe ich doch wesentlich lieber da. Jeff zum ersten Mal küssen. Oh, wie schön. Äh... Freundlich. Mach einfach so weiter. Das allerdings weiter im nächsten Part. Man, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man die Sims spielt. Schlimm. Wir sehen uns wieder im nächsten Mal bei den Sims 3. Bis dann. главal. Hast du sie. büyüte Linux.